Oh, eben zweiter ärgerlich, ne? Ja. Battle Royale! Wähle einen Einstiegspunkt für dein Teamsoldat. Oh, alles voll, alles voll. Hier landet keiner, hier oder hier. Achtung, feindliches Team verfolgt deiner Position. Ja. Ich bin jetzt so orange, weil du schon ruftest. Ja. Hier ist auch ein Kopf, gell, irgendwo? Schießen wir euch? Nichts gesehen. Ich hab acht Rüstung, was deiner braucht. Ah, okay. Ui. Wenn wir ein bisschen Geld hätten, dann könnten wir hier... Hier war... Hier ist auch keiner gelandet. Oh, wir könnten unsere Kiste zusammenholen. Kommt, gelb Zielgesicht. Schnappt es euch. Okay, ich hol die mal kurz. Oh, da kommt einer. Oh nein, die ist oben gelandet, ne? Kacke. Hier. Hö? Was ist das denn? Ich kann sie übernehmen von hier drin. Okay. Der ist hinter uns. Der eine. Ich kann hier nach oben. Christian, hast du noch ein oder zwei Platten? Feindliche Manöver. Oh, was ist denn? Oh, was ist denn? Bist du? Ja, ja. Unter dir. Der Feind hat dich verloren. Du bist sicher. Danke schön. Der Flas breitet sich aus. Was? Was ist sie? Die haben auch ihre Kiste geholt. Wollen wir wieder hier hingehen? Sie kommen gleich. Können wir? Vor dir und sehr gut. Ich hätte eine Drohne holen können, scheiße. Wurde auch kurz noch. Headschlag-Sensor sehe ich hier keinen vor uns. Oh, nee. Hier ist eine Mine. Die haben auf mich geballert. Da sind welche. Die haben schon ihre Rüstung. Soll ich die Drohne schmeißen? Gerne, ja. Verbündete Drohne ist in der Luft. Radarsuche wird gestartet. Die sind unten drinne. Geh mal hier hoch. Nee, aber irgendwas ist da oben. Anzeige ist uns. Auftrag abbrechen. Oben sind welche gelandet. Ja, die haben mich gesehen. Das Gas breitet sich aus. Sicherheitszone wird verlegt. Sieben Meter. Oder direkt hinter der Tür ist. Die werden hier oben sein. Dabei. Geil. Ist das zum Wagen? Nimm jemand das Objekt. Nee, nee. Ich höre den Fallschirm. Ich habe auch einen noch. 20 Meter sehe ich noch einen. Ey. Diese kacken Tür. Aber die wissen jetzt, dass wir hier sind, ne? Oh, es sind vier Stück. Ja, wieder vier Stück zwei. Ist auch da oben. Okay. Die sind über uns, glaube ich. Oder unter uns. Ich höre die. 3 Meter unter uns. Geil. Habt ihr ihn? Ja. Halt einen. Oh, Andre, du Killer! So ist geil! I like it! Oho! 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 Das Problem ist, sie kommen immer wieder. Ja. Ja, stimmt. Oh, scheiße! Keine Platten mehr! Tja, was? Der Tag ist um! Ziel nicht erreicht! Wollen wir die mal... Hat die mal noch zwei Kärchen? Vor der Tür, vor der Tür! Er steht vor der Tür! Nee, der ist runtergesprungen, glaube ich. Zwei Stück unter uns müssten die sein. Feindliche Drohne über uns! Hinten war immer jemand an einer Seilwinde. Genau unter uns. Oder direkt vor uns hier. Ja, die wollen es, glaube ich. Ich hab' ihn. Ich hab' ihn. Los! Shit! Von hinten, von hinten! Von oben kommt Fenster, ey! Der f*** dich! Shit! Der beobachtet das da oben die ganze Zeit. Vom Fenster? Wo vom Fenster? Ach da! Ich kann's nicht markieren. Die aus dem... Ich kann's nicht markieren. Direkt aus dem Gebäude. Welche Richtung ist denn das? Kann ich hier nicht sehen. Da aus dem Fenster eben hat er geschossen. Genau aus dem. Ich komm' gleich wieder und versuch' auf dem Dach zu landen. Also in der... Da, wo meine Sachen liegen. Na gut, ist das nicht. Da oben rechts, zwei Stück. Zwei K.O. Ja, echt gut. Beobachtest alles und dann... Absteigen. Drei K.O.? Geil. Der ist K.O. auf jeden Fall. Vorratskiste gefunden. Position sicher. Aber es sind drei Leute. Ich hab' keine Rüstung mehr. Ich geb' dir hier ne... Links rum, Christian. Oben links, da war noch Rüstung. Ja? Also wenn du... Aber ist riskant auch, ne? Nee, hier ist nichts mehr. Nee, du gehst oben rechts rum und dann wieder rechts und da hinten war Rüstung. Wenn da nichts mehr ist... Warte, 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 warte. Ja, aber oben ist ein bisschen gefährlich, jetzt würde ich sagen. Ja, ich würde auch jetzt nicht mehr... Hast du? Nehme neue Position ein. Okay. Das Gas verbreitet sich. Schnell in die neue Sicherheitszone. Und hier das Haus verlässiert. Weiter zum nächsten Standort. Könnten hier oben langlaufen und dann... Ja. Ich geh' weiter jetzt. Wird's denn nix? Unten oder oben? Ich lauf' jetzt hier. Da unten hab' ich, glaub' ich, einen gesehen. Den Tor raus. In dem Haus könnten wir auch rein, aber... Oh! Ah, nützt nix. Scheiße. Oh, meine ganze Rüstung wär' kacke. 42 Meter. Ich hör' was? Die kommen. Ich hör' auf was. André, ich hab' noch Rüstung. Oh, da verziehen ein. Geil, danke. Die haben Geist. Oh, ja. Biss' weiter. Wir müssen vielleicht unten links lang. Nicht zu dem Haus, wo wir eben hingezeigt haben, sondern unten. Ja. Hier ist er. Genau da. Ist er markiert? Ja. Wir sind zu dritt. Einer ist schon runtergesprungen. Ja. Ich bin hier weiter, André, wo du gesagt hattest. Hier, wo ich bin, sind wir drinnen. Wir sind drinnen. Wir sind drinnen. Oh. 2b 2. Es istix. 2b 1. 2b 1. Direkt über euch. Auftrag abblasen. Es ist vorbei, wenn ¡Bei Gas kommt! Du hast eine Gasmaske mitgebracht? Ja. Ding, ding, ding. Oben, oben. Oben, rechts. Ich bin hier drunter. Ich bin hier. Keine. Oben links, habt ihr die gesehen? Nee. Ich habe eben auch nur rot gesehen, rote Punkte. Versucht die auf der Karte gleich zu markieren. Du kannst Christian noch holen, André. Hier sind wir in der Zone. Scheiße. Ich sehe sie nicht. Ich höre was, ich höre was. Nein. Scheiße. Ja, ja, come on. Geil. Und ich war dabei. Oh, geil. Oh, cool. Juhu. Juhu. Das ist doch ein geiler Abschluss, Männer. Juhu. 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 Ja, dann habe ich da schnell reagiert und gesagt, oh André, du kannst die noch ruhig. Juhu. Das war das Teamwork. Juhu. 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 Juhu.